Wir fangen natürlich ganz klar an mit einer wunderbaren Twitch-Am-Limit-Reaktion, meine Freunde. Da gehen wir direkt mal rein. Trimax ist nicht... Ah, Trimax ist doch süchtig, okay. Das sind neue Erkenntnisse, die wir jetzt hier haben. Das sind neue Erkenntnisse, die wir hier haben. Skippen. Ich hoffe, die Laune bleibt so. Ach, scheiße. Ach, Junge, ach, Junge. Komm. Beine. Was wäre ich ohne meine Freunde? Ohne meine Freunde hätte ich keine Freunde. Ja, es stimmt. Nee, es stimmt absolut. Es stimmt absolut. Er hat recht. Und Raubi-Kapper. Mach kein Auge. Und Endo kickt mit Reheaps. Schade. Digga, ist Benni eigentlich auch noch ein anderes T-Shirt, Junge? Fuck. Hallo. Pass auf. Georg mit 3 Euro. Wann gibt es eine neue Frisur? PS. Deine jetzige Frisur sieht aus wie Durchfall auf dem Kopf. Kannst du das bestätigen? Ja. Was? Wieso ja? Also ja. Scheiß auf, Digga. Ja, jetzt schon richtig so. Bei mir genauso, Digga. Das stinkt so übertrieben. Und ich weiß auch nicht genau, warum. Kevin. Irgendwie riecht beim Mikrofon nach Skiurlaub. Digga, mein Mikrofon riecht aber... Du, Alter, noch scheiße. Was war das für ein Stream, Digga? Was war da schon wieder los? Als nächstes ziehe ich eine Website. Die besucht man oft. Pornhub. Ja, Pornhub ist auch richtig. Gartenscheiße. Wenn du irgendwann mal ein großer Streamer wirst und ich endlich mal ein Lambo bekomme. Ja, eben. Und du den dann natürlich verkaufst. Nee, nee. Oh. Jungs, Jungs, Jungs. Oh, Digga, Ehre. No way. Ehre. Ehre. So kann es dann gehen. Digga, laber keinen Scheiß. Als langfristige Geldanlage total danebenkript. Du hast einfach nur eine Blase, die irgendwann platzt. Äh, Mr. Pete, du darfst dich vergessen. Du bist auch aus einer Blase, die geplatzt ist, entstanden. Und... Ähm... Kondom wahrscheinlich dann an der Stelle. Schreib ich jetzt bei mir in den Chat und bist Mitte 20. Also hat ja auf langen Zeit bald ja auch funktioniert. Also insofern halt einfach die Schnauze, Digga. Oh, da lässt er sich aber nichts sagen, wenn es zum Kapital geht. Ich sitze hier im Office. Und sitze im Office. Ich sitze im Office. Und sitze im Office. Könnte man rein theoretisch... Was ist das für eine Frisur? Was ist das, Alter? Wieso haben alle Streamer, abgesehen von mir, scheiß Haare? Das kann doch nicht sein. Nein. Ich überlege, ob es halt irgendeinen Way gibt. Nein. Nein, Kevin, nein. Philipp mit dem Fünfer. Hey, gestern war ein schöner, romantischer Abend mit dir. Von mir aus könnten wir uns mal wieder treffen. Gruß, Uwe45. Nico hat mir von dem Abend Videos geschickt. Das ist absolut abartig gewesen, wirklich. Ich finde, das ist vollkommen normal, wenn man sich Porns reinzieht, wo die Mädchen aussehen, als wären sie zwölf. Digga, was? Alpha. Was? Was? Auf den Spanien. Was? Leute, IST Zitrone oder Pfirsich? Eins für Pfirsich, eins für IST. Stark, Junge. Kevins Nächste. Ja, so eine 4K-Kamera ist schon 4K, ne? Mhm. Ich will mich in die 15 reinkaufen, tatsächlich. In die 15? Wieso willst du dich in die 15 reinkaufen? Ich meine Glückszahl. Echt jetzt? Weiß ich nicht. Ach, Junge, wie kann man so dumm sein? Was war das? Sorry. Warum rausgeflogen? Mercedes stellt sich neu aus. Es sind auch viele rausgeflogen. Die haben ihn rausgeschmissen mit seiner Pokémon-Sucht. Der Glücksspiel-Boss. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus, die Wahrheit. Ja. Die konnten das nicht mehr unterstützen. Was macht der? Was macht der? Was macht der da? Was macht der da? Junge, Kevin ist einfach so fett und unsportlich geworden, dass sogar Sitzen für ihn anstrengend ist. Digga. Junge. Das kann doch nicht sein. Kevin sitzt nur und erstickt. Der ist einfach zu fett. Er versucht Sport zu machen. Ich sehe das wieder. Er versucht Digga. Der stirbt. Ich bin Asthmatiker und kann besser atmen als der. Was für ein dummer Flex. Ich bin Asthmatiker und kann besser atmen. BXN schreibt... Ich fand Kevins frühere Freundin viel sympathischer. Zu mir. Du bist so hässlich. BXN, Bruder. Das Ding ist, wenn man hässlich ist, Bruder, braucht man einfach einen Batzen Geld, dann läuft das mit den Frauen. Ich verstehe auch nicht, warum alle Streamer einfach ständig irgendwo Dings haben. Die haben einfach überall, ähm, überall, äh, überall Bargeld liegen. Warum? Also warum? Ne, Bibi? Ja. Pro Woche 6k. 6k. Oh, Kjell in so einer Scheiße drinne. 1, 2, 3. 6 Videos. Scheiß, Kjell. So dumm. Digga. Digga. Pio, wie du guckst durch deinen Türspion und der Lieferant ist gerade da und bringt dir deine Pizza. Und der steht so ganz nah dran. Jägermeister, Bruder, übertreib jetzt hier mal nicht. Mit 25 Gifte in Zipster... Antonia sitzt auch wirklich immer nur mit komplett gedankenlernen Blick da, oder? Genauso wie ich auch nicht so ganz verstehe, wie man nicht gut im Bett sein kann. Ich kenne wirklich keinen größeren Körperklausel als Kevin und Kevin hat tanzen gelernt. Voll auf die Karte gehauen. Das sind 500 Euro. Was durch 3 sind 3? Ist 3 durch 3 3? Okay. Ja. Guten Hunger. Deutschland und Schweden, Norwegen, Norwegen, Dänemark, Schottland, Dänemark. Glockenhaushalt. Finnland. Dänemark, 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 Dänemark. Seiten frisch. Ja, meine Großcousine ist Friseurmeisterin, die schneit mir die Haare. Also bleibt alles in der Familie. Mhm. Ich bohren einen Schluck Wasser. Wasser. Ja, schade. Dinge passieren, aber sonst könnt ihr da gerne mal euer Ding einsenden, euer Dick. Sorry, dass deine Konditionen in den letzten sieben Tagen nur daraus bestand, Pokémon-Karten zu öffnen, Loser. Komm, nimm dein Dicktree und zieh, Junge, zieh. Ja, da hat Sascha recht, klar. Zieh an der Leine, geh einfach, Digga. So, jetzt mal hier eine ganz klartere Aussage. Die werden aufhören, hier über Dicktree zu reden. Die Dicktree sind hier jetzt gerade nicht Thema. So viel. So ein Ding. Ich hab keine Ahnung, wie viel das ist. Ist aber entspannt, ist okay, kann man mitarbeiten, glaube ich. Was ist das, sieben Zentimeter, Bro? Oh, geil. Lazio Iderialius mit 3 Euro. Zwei Weiber aus meiner Schule waren mal bei Lazio fährt eure Dreckskarten. Sie meinte, sie meinte, du hast sie weggesüxt. Bro, ich hoffe, du warst danach beim Arzt. Meine ganze Schule war in trotzdem Ehrenmann. Es stimmt nicht, Digga. Das ist gelogen, Digga. Oh nein, oh nein, oh nein, Nico. Oh nein, das hat sich ja nicht mal gelogen. Oh nein, Nico hat einfach, oh nein, der hat einfach AIDS. Ja, gut. Nee, das ist wirklich gelogen. Das ist gelogen. Schade. Suche läuft. Und welches kriegt man dann dafür? Random. Ah, fliegt euch, Schatz, fliegt euch. Fliegt euch, komm. Solche... Es gab mal eine Klassenkameradin, damals in meiner Klasse, Melissa hieß sie. Die fand ich immer so nice, Nis, Digga. Und ich weiß noch... Wann ist das her? Das ist schon sehr lange her, ja. 30 Jahre oder so. Das ist ein Maul, du Wichser, Alter. So ein dummer... Ja, scheiß drauf, da. Nein, machen wir wieder ein gutes Video von Kein Gezept. Kann man nichts sagen, Chat. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keine checken. Stark, 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 stark. Stark, nicht lag, kann man mit...